so jetzt gehen wir noch mal schön zurück und gucken noch was wir stehen liegen gelassen haben mit unserem schönen neuen outfit das geld gab sicher zu ich glaube ich gehe hier oben lang so vielleicht finden wir noch was schönes also es gibt auf jeden fall noch was hier zu finden vor allem munition wo liegt das denn ja keine ahnung wo das liegt ich glaube ich müsste darunter vielleicht kann man da tauchen da kann man tauchen da komme ich überall nicht dran da muss irgendwie das wasser weg also die karte nervt ein bisschen dass ich immer so lange brauche okay hier what hallo okay oh hier liegt was mission ganz viel muni hier auch muni ein fliegender korb liegt hier auch da war ich glaube ich halt noch gar nicht wenn ich da rum nach oben gegangen bin oder hier wäre ich ja jetzt lange gekommen okay kann ich da irgendwas runterreißen nope okay dann okay jetzt weiß ich wie es funktioniert cool das habe ich alles voll hier haben wir noch hier haben wir noch oh ist das so ein gang was ist das denn ah der rucksack eines äh vorschers geheimnis entdeckt wenn die karte denn auch mal kommen würde dann ja komm bisschen doof gemacht aber so viel gibt es jetzt hier auch nicht mehr yo schön ein rarer pelz ist immer gut boah hier werde ich glücklich mit munition versorgt sehr cool ich will hier ein gas lag oh da finde ich auch was wo ist das da oben wie komme ich da hin ich glaube ne ich guck erst mal hier unten ne also hier das kann jetzt ein bisschen dauern wer darauf keinen bock hat überspringt einfach die folge oder spult ich sag auf jeden fall äh du scheiße wenn ich weitergehe aber hier das ah ne das war der kreis der rundlauf okay dann gehe ich jetzt wieder zurück was finde ich denn da unten komme ich da wieder hoch ich weiß es gar nicht aber ich sehe da unten noch nichts also warum sollte ich runter springen aber ich sehe da unten noch nichts wie komme ich denn da hin nein boah hier stehe ich jetzt mal aus die map die nervt die ist echt scheiße braucht doch so lange federn boah junge munition da ist mein fahrstuhl und da wieder raus los schön munition brauche ich nicht da muss ich ah liegt dieses tal gehört mir ich habe den boden bewässert und die trauen blüten gebraucht kultiviert niemand wird eindringen niemand kommt heraus ich werde die außenwelt nicht länger ertragen hier habe ich endlich die kontrolle die trauen die trauen nicht geschaffen die trauen nicht geschaffen okay hier war ich ja hier komme ich hier komme ich das kann ich mich schon mal irgendwie aufmachen oh oh hallo ich rede mit mir selbst und wenn es nur ist um meine stimme zu hören sie füllt den raum und die stunden aber ich habe nichts zu sagen wenn mich die stille überwältigt versuche ich zu schlafen ich träume von dem was ich verloren habe ich hoffe sie hatten einen guten tod ich hoffe dass meine träume nur lügen sind hm mach mal ein knicklicht an man geizige futter warte bist ok 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 hier oben müssen wir anfangen jetzt gehe ich erstmal nach hier oben da ist auch was für ein seil wo könnte ich das denn festmachen wo könnte ich das denn festmachen ich habe keine ahnung ich denke ich habe vielleicht irgendwie was mit ausliegen nope ja Built kam drauf ok look ich werde mal auf so einen Fahrstuhl ding gehen da unten hast ich das versteck Hinter mir ist etwas. Das war das Überlebensversteck. Und dann müsste er hier auch noch direkt... Ne, das Dokument ist nicht hier. Was war denn das? Was ist denn das für ein Symbol? Forscher, ach so. Noch nie gesehen. Eine Karte. Ist noch mehr aufgetaucht? Nö, eigentlich so nicht. Jetzt bin ich aber wieder auf unten. Wo bin ich... Ah, jetzt komme ich wieder hier raus. Alles schneller. Gehe ich nochmal zurück? Lalalalalalalalalalalala. Cool gestoppt. Fuck. Okay, wie komme ich denn da dran? Oh. Wie komme ich da hin? Zur Hölle. Da war ich doch auch. Ich muss... Da wo? Ich muss da irgendwie rüberspringen. Bestimmt von der Wand. Ich muss auch probieren. Von der Wand aus. Was ist das... Was ist das da? Ne, das funktioniert nicht. Komm ich von oben irgendwie? Nö, auch nicht. Ich muss hier lang. Dann muss das so gehen. Es muss so gehen. Nein. Nicht nach oben springen. Nö. Scheiße. 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 Ich komme hier nicht mehr raus. Oder was? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ach. Oh, was ist... in der Kamera ein? Ah, jetzt geht's halt. Ja, da brauch ich nicht so Pfeile, wo ich dann drauf springen kann. Das wird's wohl sein. Das ist, ähm, jetzt aber scheiße. Das ganze Zeug ist unter Wasser. Wie komme ich unter Wasser dran? Ne, das ist nicht unter Wasser. Die Flaschen der Hexe. Da muss ich hin. Hm? 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 Oh man, ich will nicht das Ziel zurücklassen, das nervt mich. Muss ich nochmal hier hin? Nur für einen Teil zu holen. Okay. Und das Ding ist ja noch ein Geheimnis. Na, wie komme ich denn da hin? Da komme ich so gar nicht hin. Okay. 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 auf zeit los okay was geht denn schneller Ich würde sagen hinlaufen, dann da hoch, hoch, okay. Ich muss mich schon mal gehen. Nein, oh, wie dumm war das jetzt, wie unnötig. Eben bin ich ja die ganze Zeit durchgehüpft. Fuck. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße. Nein! Nein! Los! Schneller! Okay, ich glaube das wird so nix, oder? Der Sprung war einfach zu weit. Wobei es aber eigentlich auch so gar nicht wichtig war. Wow! Wow! Unnötig. Ich kann so ein, so ein scheiß Becher haben. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Hier geht's nicht mehr. Ich kann so ein bisschen zu verhalten. Wie dumm das aus, wie dumm das aber noch nicht erst. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Das war's für heute. Nein, das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg, erneutig. Nein, das ist der falsche Weg. Da, an den komm ich nicht dran, aber an den dritten käme ich dran. Dann könnte ich da hinschwingen. Go, 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 go. Oh, nee, das war's. Scheiße. Wo hätte ich denn da hinspringen müssen? Naja, gut, jetzt hab ich die Folge schon damit begonnen und dann möchtest du jetzt auch so fertig machen. Trinkt ja jetzt nix. Aber toll, wenn du halt nicht weißt, wo du hin musst, ähm... Oh, wieso kann ich jetzt wieder Muni sammeln? Mmh... Oh, oh, oh. F**k dich! F**k dich! Oh, bitte! Ganz ehrlich, was war denn das? Oh Gott! 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 Okay, noch mal! Noch mal! Was schaffen wir jetzt? Oh Gott! Ich sollte jetzt noch mal grad gucken, wo ich da vielleicht hinspringen muss. Das war echt ein verflucht weiter Sprung. Ich würde mal erwarten, der war zu weit. Naja, es kann eigentlich nur... So wie ich gesprungen bin, kann es gar nicht so falsch gewesen sein. Oh Mann, ey. Ja, jetzt bin ich hier durchgefallen. Ist klar. Ach, 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 nein. Nein. Boah, das ist ziemlich sch... Boah, ist das... Mann ey, jetzt bin ich aber sauer langsam, ey. Das ist doch... Das ist doch Schwachsinn, ey. Was soll denn, der Mist? Das ist doch... Er.. O liegt mir ceiling ethics. Das ist doch galt. Das ist wirklich ein Trick. Das ist wirklich ein Trick. Das war ein bisschen früh. Vielleicht zu früh. Das ist wirklich ein Trick. Das ist wirklich ein Trick. Scheiße. Das ist wirklich ein Trick. 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 Ja, so ist das. Das ist wirklich ein Trick. 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 Boah, ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich habe keine Lust mehr. 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 Ich werde hier wohl so normalen müssen. Ich bin drauf geschissen. Ich habe keine Lust mehr. 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 Und ich habe keine Lust mehr. Nicht die Lust mehr. ., dass ich heute auch ein bisschen steigert habe. Ich weiß nicht. Ja, ich schneid's einfach mal. Guck dir E-Kammer. Ja, das ist doch scheiße, ne? Ganz ehrlich, ich muss da einen gucken, muss dann aber da einen zielen. Äh... Ich denke... Da steht, Sprung geht noch nicht, wenn wir schafft. Das ist so lächelnd. Ich lasse es sein. Vielleicht gibt's da einen Trick oder so. Ich weiß noch nicht. Ich schau mal. Aber ich hab jetzt... Ich hab keine Lust mehr. Ich hab echt die Lust grad verloren. Mal gucken, ob ich die Folge hochladen. Ich weiß noch nicht. Wollen wir mal sehen. Zwei Dinge... Drei. Boah, das... Das nervt mich. Ich weiß nicht, ob das hier sein soll. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab die Lust verloren. Ich möchte das nicht mehr. Macht's gut. Boah. 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 Boah.